Bist du auf der Suche nach einer leistungsstarken 4K 60Hz Webcam, dann ist dieses Video genau das richtige für dich. Heute möchten wir euch nämlich unseren aktuellen Favoriten der besten 4K Webcams und auch noch zwei Alternativen, ein günstigeres und auch ein Premium-Modell vorstellen. Wir beginnen gleich mit unserem Favoriten, sodass ihr das unserer Meinung nach beste Modell gleich ganz am Anfang kennenlernt. Es lohnt sich aber wie gesagt auch noch dran zu bleiben, denn auch die Alternativen können sehr lohnenswert sein. Alle drei Webcams haben wir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr euch also nach dem Video noch genauer zu einem der Modelle informieren oder eine der Webcams dort bestellen wollt, könnt ihr das direkt über die Links tun. Lasst uns nun aber auch gleich mit dem eigentlichen Video und schon unserem Favoriten beginnen. Vorstellen möchten wir euch hier die Elgato Facecam Pro, eine 4K 60fps Webcam, welche perfekt für Videokonferenzen, Gaming oder auch Livestreams geeignet ist. Der fortgeschrittene Sony-Sensor und auch die ganzen Licht- und Bildkorrekturfunktion sorgen für ein einzigartiges Bild. Der Fokus dieser Kamera ist variabel einstellbar und besitzt auch einen verbesserten Autofokus, durch den sich die Webcam immer auf das fokussiert, was gerade im Bild sein soll. Die herausragende Bildqualität dieser Webcam wird noch durch die Profi-Software abgerundet. Mit dem Camera Hub arbeitet man hier wie in einem Studio. Man kann im Handumdrehen für die perfekten Einstellungen sorgen oder auch den Automatikmodus dies übernehmen lassen. So ist man vor allem für Streaming optimal vorbereitet, denn auch lässt sich diese Webcam optimal mit dem Elgato Stream Deck verbinden oder auch beispielsweise durch die Beleuchtung oder Mikrofone von Elgato ergänzen. Sie ist natürlich auch mit allen gängigen Softwares wie Microsoft Teams, Zoom oder auch OBS kompatibel. Des Weiteren ist sie sowohl auf einem normalen PC als auch im Mac anschließbar und kann in Windeseile installiert werden. Die Facecam Pro von Elgato überzeugt durch eine herausragende Bildqualität, viele Bildoptimierungsfunktionen, eine super Kompatibilität mit allen möglichen Softwares und Computerarten, sowie natürlich mit einer optimalen Kompatibilität mit dem gesamten Elgato Streaming System. Vor allem das bereits erwähnte Streaming Deck oder auch die Beleuchtung von Elgato kann mit dieser Kamera verbunden werden, wodurch man sich hier ein umfangreiches Gesamtset von Elgato aufbauen kann. Das ist unserer Meinung nach sehr, sehr wichtig, da ja zum Streaming viele Geräte dazu gehören und da ist es doch schon praktisch, wenn man alles vom selben System hat. Alles weitere zur Elgato Facecam Pro, unserer Nummer 1 Empfehlung der besten 4K-Webcams über den ersten Link in der Beschreibung. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn zwei weitere 4K-Modelle möchten wir euch ja wie gesagt noch vorstellen. Als nächstes mal die günstigere Alternative. Und hier handelt es sich um einen ebenfalls sehr starken Bestseller, die Logitech BrioStream. Diese 4K-Webcam bietet eine Ultra-HD-Auflösung und ist damit wunderbar für Videokonferenzen, aber auch für Streaming geeignet. Sie benutzt viele starke Funktionen wie eine automatische Lichtanpassung, die High-Dynamic-Range-Funktion für eine optimale Beleuchtung und starke Kontrastverhältnisse und auch eine Sichtfeldvoreinstellung. Man kann hier auswählen, ob man eine Weitwinkel- oder Nahaufnahme haben möchte und hier auch zwischen einem 90, 78 oder 65 Grad Sichtfeld auswählen. Auch kommt dieses Modell mit einem Noise-Canceling. Zwei omnidirektionale Mikrofone können Hintergrundgeräusche unterdrücken, um für eine noch klarere Verständigung bei Videokonferenzen zu sorgen. Außerdem kommt das Modell mit einer starken Klemme, wodurch sie vielseitig montierbar ist, einer abnehmbaren Up-Debt-Blende sowie auch einer Windows-Hello-Gesichtserkennungsfunktion. Die Logitech Brio ist vor allem für Videokonferenzen ausgerichtet. Hier sorgt sie dafür, dass man immer optimal im Bild ist, super ausgeleuchtet ist und auch selbst bei höheren Hintergrundgeräuschen immer noch super erkenntlich ist. Ein super starkes Modell also, welches nicht zuletzt durch ihren günstigen Preis überzeugt. Wenn ihr nur noch alles weitere zur 4K-Webcam von Logitech, der Brio Stream, erfahren oder dieses Modell vielleicht auch gleich bestellen wollt, könnt ihr das nun über den zweiten Link in der Videobeschreibung tun. Bleibt aber auch gerne noch kurz dran, denn als drittes und letztes möchten wir noch das Premium-Modell im Vergleich vorstellen. Und hier handelt es sich um die 4K-Webcam Tiny2 von Ospot. Diese Webcam kommt nicht nur mit einer 4K-Auflösung und 60fps Bildwiederholfrequenz, sondern auch mit unzähligen weiteren Features. Erst einmal ist dieses Modell schwenk- und neigbar. In Kombination mit der künstlichen Intelligenz, also dem Bewegungstracking, bleibt man hier immer optimal im Bild, da einem die Kamera folgen kann. Damit ist das Modell auch ideal für größere Einsätze, beispielsweise bei Shows geeignet. Das intelligente KI-Tracking erkennt die darzustellende Person und kann auch Tanzbewegungen, ein Handtracking oder auch weitere Performances wunderbar ins Bild rücken. Auch ist die Kamera per Sprache steuerbar, hat eine Gestensteuerungsfunktion und lässt sich damit auch wunderbar bedienen, selbst wenn man gerade nicht am Laptop ist, sondern sich vor der Kamera bewegt. Auch viele Voreinstellungen, wie voreingestellte Aufnahmeposition oder Patrouillenfahrten sind hier möglich. Der Whiteboard-Modus oder der Desk-Mode sorgen dafür, dass man hier viele Dinge darstellen und erklären kann und der Porträt-Modus verhilft für eine bessere Darstellung auf mobilen Geräten. Durch den umgekehrten Modus ist die Osborne Tiny2 auf den Kopf zu stellen und sorgt damit bei verschiedenen Perspektiven trotzdem für eine korrekte Bildschirmanzeige in zum Beispiel Klassenzimmern oder Kirchen. Aber vor allem das starke Bild ist hervorzuheben. Der ultragroße 1,5 Zoll CMOS-Sensor sorgt für eine starke Bildqualität und auch für eine gute Belichtung, selbst in dunkleren Räumen. Egal ob bei Videoanrufen, Präsentationen, beim Livestreaming, Gaming, im Einsatz bei TV- oder Radiosstationen oder auch zum Content erstellen, die Osborne Tiny2 ist für viele, viele Einsätze geeignet. Wenn ihr euch jetzt noch weiter zu diesem Premium-Modell informieren wollt oder diese 4K-Webcam vielleicht gleich bestellen möchtet, könnt ihr all dies über den dritten Link in der Beschreibung tun. Auch die anderen beiden Webcams sind wie gesagt über die Beschreibung aufzurufen. Dort könnt ihr alles weitere zu diesen Geräten erfahren.